Klappe 2 Der erste Teil war viel zu trocken und daher nochmal Hallo, mein Name ist Wilhelm Böhm Unser diesjähriges Motto lautet Mein Lieblingsplatz Und da musste ich überhaupt nicht lange überleben Den sehe ich fast jeden Tag Der liegt an einem natürlich gelassenen Regenwasserversicherungsteig Ja, und nun wird es trocken Oh, gleich fängt es an zu regnen Ich wollte der Natur ein kleines Stück zurückgeben Um zu beobachten, wie sie diesen Mikrobereich ohne Eingriff durch mich verändern Ich war erst sehr skeptisch Aber im Laufe der Zeit wurde ich von der Vielfalt überrascht Nach Jahren entstand dann ein kleiner Sitzplatz Meine Frau sowie meine Freunde verweilen gerne an dieser Stelle Und genießen die Symbiose mit der Tier- und Pflanzenwelt Kein Tag, kein Jahr ist leicht Und es gibt stetig Neues zu sehen und zu erleben Hier habe ich gearbeitet Und auch die ein oder andere für mich die vier Entscheidungen getroffen Aber an erster Stelle ist es auch ein Ruhepol Ein Ort der totalen Entspannung Im Urlaub oder in meiner Freizeit Habe ich viele schöne Plätze entdeckt Aber kein, an die ich täglich verweilen kann Dankeschön Verweilen Sie in einem Schiff Und dann kann ich jetzt gehen Vielen Dank.